Hey Leute und Damen und Willkommen zu einer kleinen Runde Quick Survival Games und... Oh mein Gott, den drücken wir gerade zu der harte Kombo! Und nein, der will uns abstauben! Du den! Und da sind wir auch schon wieder. Ja, das war jetzt nicht so eine erfolgreiche Runde vorhin, aber... YOLO! Also Leute, ich muss wirklich sagen, wenn ich aufnehme, versuche ich auch die Runden zu gewinnen und... Ich weiß nicht, jedes Mal wenn ich aufnehme, bekomme ich nichts auf die Reihe. Leute, bin ich eigentlich wirklich so scheiße im PvP? Okay, das ist nicht legit einfach. Warum? Ein Eisenschwert, wenn ich jetzt diese Runde nicht gewinne, stecke ich mir eine Zigarette diagonal in den Arsch. Mann! Gott, ich verstehe das einfach nicht. Okay, wir haben ein bisschen TNT. Vielleicht noch ein Diamantbrustpanzer. Okay, mit der Angel ein bisschen draufspam und... Ja, okay, den bekommen wir eigentlich Ease. Noch einen Schlag! Verdamm! Leute, ich habe einfach keinen Bock mehr zu schreien. Mein Hals tut mir weh. Meine Mom beschwert sich. Okay, die Runde könnten wir eigentlich gewinnen. Ich muss mich nur anstrengen. Ja, den haben wir noch bekommen. Oh, easy. Der war aber wirklich easy, dieser Hurensohn. Oh, du Scheiße. V-Schlag, nein! Du älter Hurensohn! V-Schlag, was soll das? Wir sind doch YouTube-Kollegen! Mann! V-Schlag, du musst wissen, ich habe dich immer geliebt. Bis zu diesem Zeitpunkt. Du siehst du was. Opa! End du siehst, Also, sondern wir